Am 13. Februar 2024 hat Microsoft ein neues kumulatives Update für Exchange 2019 rausgebracht und zeitgleich eine Sicherheitslücke veröffentlicht, die mit dem CVE 2024 21410 verbunden ist. Da stellt sich schon die Frage, wie kritisch ist das? Muss ich meine Exchange Server offline nehmen? Schauen wir uns die Sicherheitslücke einfach mal an. Das CU14 von Exchange 2019 aktiviert automatisch eine Funktion Extended Protection und die ist angeblich notwendig, um diese Lücke zu schließen. Interessanterweise können das andere Exchange-Versionen auch schon seit August 2022. Das heißt, auch Exchange 2019 CU13, was im Supported ist, aber auch die vorherigen und nicht mehr supporteten Versionen CU11 und CU12 unterstützen schon Extended Protection. Auch für Exchange 2016 CU23 wird Extended Protection supported und sollte natürlich auch aktiviert werden, aber auch die vorherige Version CU22 kann das schon und sogar Exchange 2013 CU23 kann Extended Protection. Denn diese Funktion ist gar kein Exchange Feature, sondern Bestandteil des Windows Web Servers, des IES. Und die gibt es schon seit März 2010, seit Windows 2003. Da stellt sich schon die Frage, wieso wird das jetzt erst aktiviert? Aber bislang war es ja noch nicht schlimm, es ist ja noch nichts passiert. Passiert ist erst etwas durch Outlook. Und zwar im März 2023 wurde bekannt, dass Outlook eine Lücke hat. Ich kann quasi eine Terminerinnerung schicken und deshalb kann Outlook dann ohne Mithilfe des Benutzers einen UNC-Pfad öffnen. Auch dieser Bug hat eine CVE-Nummer 2023-23397. Was ist denn nun Extended Protection? Extended Protection verhindert das Aufbrechen von TLS-Verbindungen. Und das ist der wesentliche Aspekt dabei. Wenn ich eine TLS-Verbindung aufbaue, dann wird ein Channel-Binding-Token ausgegeben. Das heißt, mein Client verbindet sich mit dem Server. Der Server liefert mir das Zertifikat und den Public Key. Ich erstelle damit auch eine Zufallszahl, schicke die zurück. Und am Schluss haben der Server und ich quasi einen Shared Secret, mit dem ich die Verbindung symmetrisch verschlüssele. Was allemal schneller ist wie eine asymmetrische Verschlüsselung mit Public Key, Private Key. Das gilt auch nicht bloß für HTTPS, sondern auch für LDAP-S und alle anderen auf TLS-basierten Verbindungen. All diese können Channel-Binding-Token nutzen, allerdings nur für Anmeldungen mit der Windows-Authentifizierung, sprich NTLM oder CareBoss. Es wirkt nicht bei Basic Authentication, Form-Based-basierter Anmeldung oder bei Bearer-Tokens. Jetzt schauen wir an, wie der Angriff vermutlich abläuft, denn die Quellenlage ist nicht unbedingt deutlich. Die Veröffentlichungen von Microsoft als auch vom BSI sprechen von einer Privilege Escalation und sonst was und machen richtig viel Angst. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Folgendes passiert ist. Wir haben links einen Anwender, rechts den Exchange-Server dazu und der Mitte den Angreifer. Der muss nicht mal netztechnisch in der Mitte stehen, der ist einfach nur ein Angreifer, der irgendwo im Netz ist und er hat einen SMB-Server vorbereitet, der vom Anwender erreichbar ist. Und dann passiert Folgendes, der Angreifer schickt eine E-Mail an den Benutzer, an den Exchange-Server und das ist eine Termineinladung und in dem MAPI-Feld PID, LID, Reminder, File, Parameter, dort steht ein UNC-Pfad drin. Im nächsten Schritt lädt sich natürlich Outlook diese Mail herunter auf seinen PC. Da es eine Terminanfrage ist, wird er in der Regel im Kalender schon unter Vorbehalt eingetragen. Einen Termin kann ich natürlich mit einer Erinnerung verknüpfen. Und dann passiert Folgendes, wenn Outlook nicht gepatcht ist und hat den Stand vor März 2023, dann kommt eine Terminerinnerung hoch und durch die Terminerinnerung wird dieser UNC-Pfad angesprochen. Das heißt, der Anwender versucht per SMB auf einen SMB-Share zuzugreifen, der irgendwo im Internet steht oder im Intranet oder sonst was. Da stellt sich schon die erste Frage, welche Firma lässt aus dem internen Netz den Zugriff auf das Internet über den Port 445 TCP zu? Das sollte eigentlich jede halbwegs vernünftige Firmenfirewall geschlossen haben. Aber es ist natürlich keine Garantie, Mitarbeiter sitzen im Homeoffice außerhalb der Firewall, haben vielleicht ein Split-VPN und dann können sie tatsächlich auf solch einen Angreiferserver zugreifen. Das heißt, jetzt passiert Folgendes, der Angreiferserver bekommt quasi diesen Zugriff und leitet den an den Exchange-Server weiter. Der Exchange-Server sagt natürlich, ohne Authentifizierung geht es hier nicht weiter und Exchange schickt bei ntlm ihm quasi eine Zufallszahl, einen Nones. Diese Zufallszahl reicht der Angreifer natürlich an den Client weiter und der Client verschlüsselt diese Zufallszahl mit dem Hashwert seines eigenen Kennworts. Also etwas, was nur der Anwender und natürlich der Server weiß. Und diese Antwort geht zurück an den Angreifer, also an den SMB-Share und geht von dort weiter zum Exchange-Server. Der Exchange-Server fragt natürlich nun den Domain-Controller, hallo, ich habe folgende Zufallszahl an den Client geschickt und habe das zurückbekommen, du weißt doch den Hashwert dazu, stimmt das Ergebnis. Wenn der Domain-Controller sagt, ja passt, dann liefert Exchange dieses OK an den Angreifer zurück und jetzt hat der Angreifer quasi einen NET-NTLM-V2-Hash, mit dem er weiter zugreifen kann, auch ohne dass der Mitarbeiter davon was weiß. Das heißt, er kann einen Anwender nun entweder ein OK oder ein Excess-Denite schicken, das ist auch völlig egal. Der Angreifer hat quasi einen gültigen NET-NTLM-Hash, mit dem er weiter auf das Postfach zugreifen kann. Aus meiner Sicht kann der Angreifer also wirklich das Postfach des angegriffenen Benutzers verwenden, aber nicht mehr. Also ich sehe hier noch keine Exchange-Lücke, dass ich als Angreifer nun mich zum Admin über Exchange aufschwingen könnte oder sonst was Schlimmeres machen, wie das damals bei Hafnium der Fall war. Aber auch wenn ein Angreifer Zugriff auf das Postfach hat, ist das natürlich alles andere als schön. Er kann die ganzen Mails lesen, er kann Termine und Kontakte lesen, er kann gemeinsame Ordner zum Beispiel nutzen. Alles, was über Exchange erreichbar ist, häufig sind in einem Postfach schon sehr wichtige Daten drin. Und ich kann mir diesem Postfach natürlich weitere Mails verschicken an andere Mitarbeiter und damit das Thema Phishing deutlich höher ansetzen. Vielleicht war das auch der Weg, über den vor ein paar Monaten Microsoft selbst quasi gehackt worden ist. Also dass Angreifer Postfächer von ausgewählten Leuten lesen konnten. Aber dazu wird in der Regel nicht viel gesagt. Die Frage ist, was sind jetzt die Gegenmaßnahmen? Ja, das eine ist natürlich ein Outlook-Update. Wenn ich Outlook aktualisiert habe, dann wird es diesen SMB-Zugriff nicht mehr machen und der Angreifer läuft ins Leere. Das ist aber keine 100%-Garantie, weil vielleicht schicke ich ja demnächst dem Anwender einen anderen Link, der genauso funktioniert, oder eine andere Software, die eine Lücke hat. Nichts ist fehlerfrei. Ich könnte einem Anwender auch ganz einfach eine Datei schicken mit einem SMB-Link drin und ihn bitten, drücke halt da drauf. Anwender werden auch darauf drücken. Nicht alle, aber einige. Aber es ist natürlich eine komplexere Geschichte. Es passiert auf jeden Fall nicht ohne Mithilfe des Anwenders. Andere Variante. Ich sage, das passiert ja nur mit NTLM. Mit Carebox funktioniert es nicht, mit Formbase nicht und anderen Sachen. Also blockiere ich einfach NTLM von draußen. Das geht aber leider nicht, weil zum Beispiel ein Remote-Move-Request von der Exchange Online Cloud über NTLM eine Authentifizierung macht und eben auch die Outlook-Clienten von draußen sich per NTLM authentifizieren, weil sie ja nicht an den Domain-Controller kommen. Sie können gar keinen Carebox nutzen. Eine Möglichkeit wäre natürlich Exchange-Hybrid-Authentication. Das heißt, dass ich mit O-Out anmelde oder mit Bira-Tokens. Aber das ist für die meisten erstmal noch auf einem anderen Papier. Das heißt, der Weg ist eigentlich, mit Extended Protection diesen Man-in-the-Mittel zu unterbinden. Der Client geht zum Server und der Server schickt ein Zertifikat und der Client nutzt diese Information des übermittelten Zertifikats, um die Authentifizierung auch durchzuführen. Das heißt, wenn sich dort einer zwischen reinklemmt und liefert ein anderes Zertifikat aus oder es einfach ein System in der Mitte, was als Proxy oder sonst wie agiert, dann wird die Authentifizierung nicht mehr funktionieren. Das heißt umgekehrt aber auch, wenn Sie selbst Ihren Exchange-Server hinter einer Firewall veröffentlichen, die jetzt nun nicht einfach TCP-Pakete durchverteilt, sondern die SSL-Verbindung aufbricht, weil Sie in die URLs reingucken möchten, ob das wirklich OBA und ECP ist und nicht ein Anruf auf CGI-Bin oder sonstige PHP-Skripte oder andere Angriffe, dann müssen Sie hier umdenken und Ihre Konfiguration ändern. Ansonsten wird durch die Aktivierung von Extended Protection der Zugriff nicht mehr möglich sein. Auch ausgehend könnte was passieren. Wenn Sie von Ihrem PC im Internet auf ein Service zugreifen und Sie nutzen ausgehend einen HTTP-Proxy, um zum Beispiel Jugendschutz und Malware durchzusetzen, dann wird auch das brechen, weil dieser Proxy ja ein eigenes Zertifikat vorweist. Interessant ist, diese Extended Protection-Funktion ist ja nicht bloß für Exchange, sondern die gilt für alles. Also LDAP-Zugriffe, SSH-Zugriffe, überall wo man sich mehr NTLM anmeldet, kann man mit Extended Protection den Man-in-the-Mittel-Angriff verhindern, wenn man sicher ist, dass auch die eigenen Man-in-the-Mittel-Dienste damit kein Problem haben. Wie machen Sie nun weiter? Ganz einfach, prüfen Sie, wie Sie heute Ihren Exchange-Server veröffentlichen. Wenn Sie davor einen Loadbalancer oder eine Web-Application-Firewall haben, die SSL-Inspection macht, dann funktioniert das nur, wenn Sie auf dem Exchange-Server und auf dem vorgelagerten System das gleiche TLS-Zertifikat verwenden. SSL-Offloading ist nicht erlaubt, unterschiedliche Zertifikate sind auch nicht erlaubt. Eventuell kann so eine Umstellung etwas Zeit dauern und auch durch eine IT-Security erst begutachtet werden. Parallel sollten Sie sicherstellen, dass alle Exchange-Server die aktuellste Version haben, zumindest eine supportete. Das ist also Exchange 2019 CO1314 oder Exchange 2016 CO23. Und dann aktivieren Sie über das Exchange-PowerShell-Skript einfach Extended Protection und prüfen, ob danach alles funktioniert. Wenn etwas nicht geht, dann dürften es maximal die Clients sein, die Sie also nicht mehr verbinden können, weil Sie Kennwort-Dialog-Boxe kriegen. Sie bekommen über das gleiche Skript die Möglichkeit, Extended Protection auch wieder abzuschalten und dann in Ruhe wieder zu schauen, warum hat es nicht funktioniert. Dann ist irgendwo immer noch eine Inspection drin. Es kann auch auf der anderen Seite sein. Ohne aktivierte TLS-Inspection können Sie natürlich nicht irgendwelche URLs filtern. Aber es geht wunderbar, wenn auf beiden Seiten die gleichen Zertifikate verwendet werden. Ohne Extended Protection ist der Exchange-Server nicht gegen NTLM Man-in-the-Mittel-Attacken geschützt. Andere Dienste genauso wenig. Also das ist nicht bloß eine Exchange-Geschichte. Und ich kann es nur wiederholen, ich glaube nicht, dass Exchange selbst eine Sicherheitslücke hat. Insofern ist der Titel mit rechter Ausweitung etwas irreführend, finde ich. Vielen Dank.